Das ist ganz oben die Chopper auf die Fähne. Das ist schon eine Kutusoff. Und eine Kutusoff. Die haben einen Chopper auf eine Kutusoff. Genau. Wieso? Die Bokami war doch total effektiv. Die ist Superman top. Die ist einmal schon in Breitseide gefahren, dann hat die eine richtig geile Seite gefahren. Ich hab ja Nico noch mal gebeten, die aufzumachen. Dann hab ich dir erstmal eine Zeta gedrückt. So, wer ist denn mein C-Team? Ich bin in deinem C-Team. Und ich. Okay, ich bin Team A. Dann würde ich sagen, Jose kommt hoch und du fährst runter. Ach, oder so eine Spielreihe, was? Ja. Müssen wir? Ja gut, du musst doch. Ich bin... Ich fahr hoch nach C. Wo positionieren wir uns? Jan? Nee, du musst unten bleiben. Oder fahr ich und... Erik und ich tauschen. Weil dann kannst du schon Capen fahren in unserem Spiel rein. Erik kommt hoch, ich fahr runter. Du kannst ja Richtung B positionieren, dahinter der... Also was ist jetzt Jan? Ich fahr hoch nach A, zu C, nach A, zu A. Und ich? Ich fahr A. Jose macht B, ne? Juuuuiui... Oder soll ich zu A? Ja, du fährst mal nach A. Ich fahr jetzt mal nach A. Können wir das gleiche machen, wie mit der A-Magie? Dass wir die NC halt diesmal dahinter stellen? ja dann ja bis ich bei A bin, da hau es halt ewig also da muss ich mal B angesehen Jan, wo soll ich jetzt hin? Zu mir bleiben Du bleibst da oben bei Arco Ah, Shadow Maker? Weiß ich nicht, Shadow Maker zu A? Nee nee nee, Krii fährt mal... Kagero nach B Wo soll jetzt die NC hin? Arco soll ich mich da bei der Insel positionieren oder? Die NC fährt hier an die Insel, dass sie vor Top sicher sind und verschickt Das ist mal Volldump Ich fahr da auch erstmal hin Nach B ausgerichtet? Ja, ja, ja Jan, ich soll noch A fahren oder wie? Ja, ja A, B Guckst halt was offen ist und schießt von hinten mit drauf, guck dass du nicht drauf gehst Bei A verspielte erstmal defensiv Jaja, A ist nur so spotten, dass er uns da nichts überrascht Von hinten von der Seite Kennen wir die Insel Ja, mach wie du denkst, guck dass du halt überlebst Arco soll ich da hin denn oder? Du kannst erstmal Gas geben Wenn ich was spotte, sag ich nicht Bescheid Ja, normalerweise wo die S-Hatientler Da sind die Schiffe, Nico spottet gerade Ich bleib dem Wissen bei der Insel hier denn Ja Krii, du bleibst sehr weit... Aber wobei, komm mal zu der Insel Auf jeden Fall ganz nah bei uns, nicht weit rein fahren nach B Okay, maximal bis zur Inselnipp Ja, hier ist ja irgendwas bei mir Irgendwas... Die Elle bärme noch nicht Einfach nur am Rand hier vorne bleiben Nur blockieren zur Not Schicken beide DDs nach B ran, wie es scheint Nico? Hier? Hier Zu Affe ist anscheinend nix Da hier Benzen, Vorsicht Na dann guck, du hast hier da cappt Und halt, dann kannst du zoomen mit deiner Magie die da unten Hier Leute, ich schließe auf mich Geht direkt weg Ich brems nur ab ein bisschen Ich kann hier die Benzen dir vielleicht wegdrücken gleich Ach, warte War da jetzt Radar, oder warum hast du gesmoked? Weil ich beschossen werde, weil der Flieger mich aufgekehrt hat Ja gut, der Flieger ist doch schon längst weg Du musst halt manchmal... Naja, du machst das schon Naja Jetzt hab sie jetzt... Dieser Quiz dann guck, dass du so... Gerade so halt mit deinen beiden Front-Türmen rausguckst Und ja... Dass du auf jeden Fall auch nicht getroffen hast Ach, das wäre jetzt schön Dass die nicht gar nicht so einfach haben, deinen Schiff großartig zu beschießen Wird echt schön Hm Ja Dann fahr aus deinem Smoke raus und fahr nach B rein, Cree Warum bleibst du in deinem Smoke stehen? Das hat keinen Sinn, du musst spotten Ja, gehört dabei So, ich guck... Ja, du hast jetzt schon gesmoked Genau, dann smoke ich jetzt erstmal mich und Christian ein Die Gegner haben auch gesmoked, ne? Jaja Ja gut, aber... Wenn ich halt offen bin, fress ich Bei A dürfte nichts sein, gell? Guck, dass du aber hier vorne bleibst Dreh nach rechts, Cree Bleib hier ganz vorne bei uns, nah uns dran Bleib, dreh nach rechts Dass du nicht ruhig meinst So, dann fähr im B rein Wo war das halt aus? Wo war das halt aus? Ja, das zeigt mir... Ja, komm, ich kann die Bandsalike pushen Ah, komm, ich bin jetzt erstmal hier, ne? Ja, ich smoke dich jetzt gleich ein Ja, das wäre super Ja, das wäre super Genau, die sonst halt zu machen So, ich guck, dass ich jetzt hier mal eins smoke gehe Alter Ja Ja, peif auch noch Guck, dass du vorne in den Nebel reintopst Jetzt Und dann, dass du dann auf dem Rückweg mit uns halt wieder eins sparen kannst Nachher Oh, jetzt muss ich hier weiter Oh, scheiße Okay Christian, bleib, du kannst ruhig hier vorne stehen bleiben Fahr ruhig ein bisschen vor, gell? Ja Warum fährst du rückwärts, Christian? Alles gut Dass ich, weil ich... Dass ich nach hinten nach rechts fliegen kann Dass ich alle Töne benutzen kann Das wäre super Na, hat mich getaubt Du kannst ruhig vorne ran fahren An die, an die Spitze nehme ich Und dann, dass ich über dich rüberschieße hier Da kommt die Bandslassen Ja Guck, dass ich die gleich Versuch mal jetzt Ding zu holen Den Cap Im Nordteil Guck halt, dass du da vorne weiter ein Spotest, ne? Krieg immer zwischen deren DDs und unserer Flotte Da muss, äh... Auch geklärt werden Ja Ja Schöne Seife Mit dem Fighter mal Wenn's mir bitte irgendwie Bei uns oben Helfen Bei uns fliegen... Die verlagern sich nämlich grad ein bisschen auf C, ja Und den... Ja So, mein Smoke beginnt sich gleich aufzulösen Gib uns mal einen neuen Krieg Ah, Mann, oh, das ist... Ja, einmal drehen Ja, ja Ich hab HF, äh, Christian, guck, dass du dich neu positionierst Weil die scheinen jetzt da so... Oh, soll das sein Auf C zu fahren, dass du den da vielleicht in die Flanke dann schießen kannst Nachher Benzen Benzen, ja Ich fahr mal nach B rein jetzt hier, weil die kam grad... Ja, wir fahren nach B rein Dann smoke ich jetzt mal hier runter, okay Smoked nach uns an die Insel da ran, in der Mitte Warte mit dem Smoke und setz uns den an die Insel da ran Warte, okay Auf die Benzen jetzt alle mal, da hat Joey helfen Ja, ja, ja Die hat den Motor raus, die ist ziemlich... Adler, oder? Und smoked und steht fast Ähm Ich... Die Benzen muss da raus, die sitzt uns nachher nämlich genau an der Seite EO EO Gern Torpedos Guck, dass du da den... Das hier, äh, Jose und macht da ein bisschen Druck auf den Smoke, die Benzen muss da weg Scheiße Da leh ich den Smoke hin Nach oben, dann ziehen nach oben, Richtung C Und C Dass ich mich an die Insel ran stellen kann Die Benzen musst du unbedingt raus Erik Ja Weil ich dir gleich die Benzen aufmach, kannst du mit drauf schießen? Äh, nicht wenn sie da steht, wo sie eben stand Ja Okay Nebel ist jetzt ein bisschen vorfahren, aber dann kann die Elberma mich voll breit sein Komm hier mit rein, schieß mit einer NC, Christian Ich kann mit dem vorfahren, dann treffe ich sie vielleicht Ah ne, KG war da oben Oh, fuck Schieß mit drauf, bleib hinter der Insel und schieß mit drauf Dass sie dich beschießen können Da kommt Torpedobomber auf dich Was, B? Jetzt wissen wir gleich, wenn sie im Cap ist oder nicht Ah, jetzt wird dich angezündet wieder Ja, der Smoke ist weg Zehn Sekunden kann ich einen neuen legen Ja Geht raus, oder? Ja Ich kann nicht mehr schießen Ja, hol sie raus, hol sie raus, hol sie raus Ja, ja, der geht raus NAAA, den soll treffen Aha Rück, rück mal zu der anderen Insel Warum ist das so schön Ja, ich kann nicht mehr schießen Die Benzen lebt da hinten immer noch Christian Erwart halt Torps, guckt dass du so günstig stehst Wie bitte? Ich überleg dort wo du hingehen kannst Ist dann ja, da kommt sicher noch was rüber Ich hab Jäger raus, die Gegend sind in Ordnung Ich überleg auch schon, ob ich an die andere Insel fahre, da zeig ich zu viel Breitseite Jose guckt, dass ich mit der Benz mal ein bisschen auseinandersetzt, bitte, ja? Halt die Bratung gegen Fahrrichtung, Erik runter Erik runter Er würde aber Breitseite kassieren, wenn er das macht Nein, würde er nicht Hier an mein Nebel geht los Jaja, ich kann gleich einen neuen legen Christian guckt, dass du zu mir rankommst, wenn du dich einzubogen kannst Du stehst da, sonst alleine stehst du scheiße Du musst doch durch den Smoke fahren, der vergisst das nicht Nach oben reinstehen, oder? Jaja, komm, hier, da wo ich, da hättest du jetzt stehen müssen, da wo ich stehe Okay Du bist hier richtig schlecht reingefahren Ja, ich wusste nicht genau wohin, deswegen Ja, immer möglichst viel Deckung, du stehst da gerade super offen CNC brennt Sonst stell dich mit den Türmen auch nach Richtung A, sonst mit der Front, weil die sieht nicht so aus Benz, scheinen der unten nämlich lang zu pushen Ja, ich bin schon wieder am abdrehen Also einfach so jetzt hier, dann steh bei ihm so wie du stehst, schlägt das gerade gut Ach kack, jetzt will die los Soll ich versuchen, dass du zugehst? Benz schon wieder zu Gut Und immer Torben, wenn du kannst Da ist die Benz hier Benz schon raus Bei einem geben wir schon noch mit, oder? Einfach so aus Keine Chance So, ich werde jetzt hier gleich mal... Christian, warte, nicht rausfahren, uh Du stehst jetzt vollbereit in dem Torben, hast du Haar hier, ne? Ich hoffe, da kommen jetzt keine Tapete Ah, das war jetzt schlecht, Christian Ihr seht die Tops, gell? Die dürfen euch nicht zeigen Guck, dass du Rückwärtsgang einlegst, ich lege hier gleich einen Smok Marvin, wenn du jetzt vor der Insel kommst, warum musst du nicht Smok in den links reinfährst? Ja, also Ja Stefan, wieso bist du aus dem Nebel rausgefahren? Ja, ich musste gerade ihn bissen Oh, malo, 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 malo Ich sollte den jetzt haben Warte, du kommst durch die Inseln, ja? Ich komme ziemlich wieder zurück Ach so, da, ja So, wenn du schießt, dass wir uns nicht gegenseitig treffen, ne? Ja Erstmal wieder in deinem Werk jetzt so weit zurückziehen, dass keine Tops und so Die wird so nah wahrscheinlich dann haben Ja, ja, ja Ich hab noch 25 Stunden nachladet, das ist ein bisschen mühsam Mach mal, fahr mal einfach gerade auf Kann denn den Rauch gleich nachsetzen, gell? Für euch zwei Ja, halt noch ne ganze Weile Okay Ist das so nah? Weißte, ja, so nah Und die, die kommen zähl Wenn sie fokussieren Ja, wenn es mich wählt, ich soll wirklich reindroppen auf mich Torp, wenn du jetzt kannst Wie sonst Ah, ich hab noch 3 Sekunden nach Ja, dann, alle Feindheit im Werk Gib Gas, 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 dass sie nicht beschießen können Ich doch dabei Kannst du den nächsten Smog legen? Ja, inzwischen gucken Ah Ah Oh, die haben die Wände gerade ausgeschlossen Guck, dass du hier vorne rein Torp, ich werde ein bisschen aus dem Sonar rausfahren Wie bitte? Verlegt, ob ich dir nächstens zu nie Äh, Kree, fahr obenrum und Torp auch rein Bist du die kleine Insel vor dir? Ja, genau Also, wo du vorhin getränkt hast Einmal rum jetzt fahren, so wo ihr stehen Ja, 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 ich versuch hier gar nicht Dann Torpst du auch da irgendwie von oben Guck, dass du aber zugehst vorher irgendwie Und Ziel nach rechts auf die NC Ja, rechts nach NC, alles klar Was kommt der hier rum? Ok, Top auf die Bismarck Besser aufs Rumfahren, gell? Ja, Top auf die Bismarck Schnellstmöglichen, sonst schieß ich dich raus Äh, schon so Äh, ahhhh, das geht's nicht Geht sich nicht mehr aus Pass auf die Schocker-Helfer Wie war ich weiter? Ja, das 10-6 Ne Wir werden Torps treffen, denke ich Ja, mit der N-10 Oh, die NC macht von der anderen Seite Druck hier Komm mal jetzt zu uns rein, denn mit deiner, äh, mit deiner Wände Schön, die Biss magst du auch, sehr gut Ja, ich bin hier gerade oben noch etwas beschäftigt Ja, ich mein, ich mein Jose Achso Boah, jetzt hast du keine Ziele mehr, ne? Ja, die N-10 ist jetzt gerade weggefahren Aber ich konnte ihr noch ein bisschen was geben Juhu Stefan, reicht halt noch ein bisschen? Ja? Ja? Torps Auf, Jan, ne? Ja, ja, ich erwarte sie Torps Ready mit Torps? Ja, ja, im Fall scheiß Winkel Ich muss ziemlich weit raus gehen, bevor ich torpen kann Die muss mir Jawoll Die wird so geil sein und verschieben Christian, wo willst du jetzt hin? Du, retten drehen Ich brauche dich hier, dass die ja nicht reinpushen kann Ja, Jan, ich komme Die kommt eh nicht um die Ecke, weil du Torps hast Ja, gut, aber wir selbst sagen, was willst du denn da hinten machen? Ich will wirklich die vorne Ja, ja, fahr rückwärts Ja, ja, fahr rückwärts Fahr rückwärts, ja Ja, ja, jetzt kann ich hier Wir haben Stepper, wir haben Stepper von uns, der schießt auf die NC von oben JEEP Das ist gut Ja, ja, ich kann sonst jetzt auch torpen, wenn sie hier rumfahren sollte Ich werde wahrscheinlich vor aber noch ordentlich fressen Rückwärts oder vorwärts? Smokert noch 60 Da huakbar Oh, Schapajak, Schapajak, passt auf Bauer und raus Okay, nun ist die infällig Die ist tot, die NC Ja, ja, die ist tot See Ja, das meinte Die Alabama finischen Ja Kriegt noch ein One-Shot auf die Kude, so auf Wetten Oh, diese Perfekt-Brette Ey, welcher Schmock verdruckt Oh, die Kuh mehr Oh, Kude, so auf die fett Breitseite Oh, oh, oh Fick dich doch Schapajak fett Breitseite Alles fett Breitseite Oh, Allah Allah, ja Hupi Erik Hupi Niii Doppelverhand Ich hab grad Pende Ich will nach Fazita schießen Echt, ich brauche noch Schaden Was ist das für ein Dreck? Ich dachte zuerst, die Alabama frisst keinen Torb Und dann hat die Schapajak Radar gezündet Die Alabama hat sich da Uh, Breitseite Ja, ja Alle Türme Und dann hat die Torbs voll gefressen Also war heiß, ey Loll Wo hab ich denn ein Teamkill gemacht? Die Eri Achja Dieses Kurzzeichen des Gedächtes ist eng Da war ja was Das Team hat keinen einzigen Kill gemacht Aber wir konnten halt gut Schaden wirken Ah doch Die Türme zur 2 Ah Erst wie ihr da oben meinst du Ja Ja Ich dachte zuerst, die pushen uns da oben Dummer Ja Ich bin Ja